Leverkusen-Boss Karo knöpft sich den FC Bayern vor, von Max Ebel halte ich nichts. Leverkusen, im Wechselpuker weil einen möglichen Rückzug von Bayer Leverkusens Nationalspieler Jonathan Tart zu einem FC Bayern München hat Bayer 04 Babo Fernando Karo, 60, absonderlich scharfe Worte an den Konkurrenten gerichtet. Wie der berichtet, habe Karo an dem Dienstag auf einem Fan-Beisammensein in der Bay-Arena jenseits Bayern Münchens Sportvorstand Max Ebel, 50, gesagt, also, ich halte von Max Ebel nichts, total nichts. Und ich würde nicht mit ihm verhandeln. Der Veranlassung ist dasjenige sich seit Wochen hinziehende Wechseltheater Walter. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger, dessen Abkommen bei dem Double Heroes 2025 ausläuft, weitergebildet immer noch in Leverkusen. Dabei soll der die das seinige Vorsatz zu den Bayern zu ändern längst geklärt sein, wenn schon jenseits selbiger Modalitäten und einer Ablösesumme in Elevationenwinkel von 25 Millionen Euro positiv Boni bestehe bei den Klubs annähernd Einigung. Die einzige Voraussetzung, Bayern München gibt zuvor noch Spieler ab. Die Abgänge von Matthias De Ligt, 25, und Nus Ermersau, 26, für insgesamt kreiszirkulär 60 Millionen Euro zu Manchester United sind freilich mittlerweile offiziell. Aber dennoch soll der Rekordmeister selbige Tau annahmemäßig forcieren. Für Bayer eine schwierige Situation. Fernando Caro entschuldigt sich für Aussagen jenseits Max Eberl. Caro hatte denn doch vor einigen Tagen gesagt, wir sollen abgesehen von den Modalitäten eines Wechsels wenn schon selbige Uhrzeit in dem Aussicht haben. Davon bleibt nicht vielmehr allzu viel, als wenn schon wir sollen noch handeln können. Am Mittwoch entschuldigte sich der 60-jährige Spanier in diesem Fall via für Dedi das seinige verbale Ausrutscher von dem Vortag. Die Aussagen zu Max Eberl habe ich unteilbar informellen Wandel mit Bayer 04-Fans getätigt, erklärte Caro. Ich bin ein emotionaler Mensch. Weiter betonte der Funktionär, dass jene in dieser Art und Weise aufgegriffen und multipliziert werden, war nicht beabsichtigt. Das ändert aber wenn schon nichts viel mehr an der Aussage, für selbige ich mich hierbei entschuldige.